Ich bin 18 Jahre alt und trotz meinem Alter, ich weiß, dass ich bereit bin für einen internationalen Schönheitswettbewerb. Und Deutschland zu repräsentieren ist ein Traum, weil ich bin in Deutschland geboren und es ist mein Land. Für mich, eine Schönheitskönigin muss natürlich sein, aber auch geben sie natürlich ist Schönsein, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und ich habe auch diese Eigenschaften, weil egal in welchem Moment, ich werde immer ich sein und ich glaube, im Moment bin ich auch in meinem besten Punkt. Ich bin ein Perfektionist und das hilft mir, weil immer wenn ich irgendetwas machen will, werde ich es immer versuchen, so perfekt raus zu bringen, wie es auch möglich ist. Damit meine ich mein Laufsteg, vielleicht mein Make-up an diesem Tag, meine Haare an diesem Tag. Also ja, es kann stressig sein, aber ich werde immer versuchen, so perfekt zu tun wie möglich. Ich spreche fünf Sprachen, in denen Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Englisch und Französisch sind. Im Moment lebe ich auch in Spanien, deswegen das Spanisch. Und ich versuche fünf weitere Sprachen zu lernen, in denen koreanisch, japanisch, italienisch, brussisch und mandarinen auch sind. Und also auf Deutsch, ich will Miss Grand Germany sein. Auf Spanisch, yo quiero ser Miss Grand Germany. Auf Englisch, I want to be Miss Grand Germany. Auf Portugiesisch, yo quiero ser Miss Grand Germany. Ich würde euch sehr dankbar sein, wenn ihr für mich bootet bei Miss from Germany. Das ist ein Traum, den ich gerade erfülle. Und ihr seid schon seit lange mit mir dabei auf dieser Reise. Und nichts anderes als danke.